Moin moin meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial auf meinem Kanal Matze. Und ja, ich habe hier ein neues Projekt auf meinem Kanal, Hey Monster. Das ist ein Android-Game und viele von euch haben gefragt, wie spielst du das auf dem PC oder kann man das auf dem PC spielen? Und ich habe schon im ersten Video zu diesem Projekt gesagt, ja, kann man. Ich hatte auch keinen Bock, das auf dem Handy zu spielen, weil ich absolut kein Fan davon bin, Games auf dem Handy zu spielen. Das mache ich gar nicht. Und ja, es gibt diesen schönen, netten Android-Emulator. Ihr kennt vielleicht auch so Gameboy-Emulator und so ein Kram. Und es gibt auch einen Android-Emulator und der heißt Memo. Den Link packe ich euch unten in die Beschreibung. Das hier ist ein Chip-Link und auf Chip vertraut. Also da bin ich mir immer relativ sicher, dass da auch keine Viren drauf sind. Und irgendein anderer Schnickschnack. Er sagt mir zwar jetzt, ich hätte das noch, aber wenn ich in den Ordner reingucke, dann weiß ich, nein. Nein, da ist im Download-Ordner keine Datei mehr. Ähm, oder doch? Ne, warte mal, das ist immer diese kurze, diese kleine Chip-Datei. Und über diese Chip-Datei wird das dann runtergeladen. Dann sehen wir erst gleich den eigentlichen Download. Ähm, denkt immer daran, wir müssen darauf achten, dass wir hier keine Werbedinger anaktivieren, weil, ähm, das ist immer unnötig. Ich zum Beispiel hab da überhaupt gar keinen Bock drauf. Äh, wird nicht installiert. Ja, soll auch nicht installiert werden, so. Und jetzt lädt er den Memo-Emulator runter. Und ich zeig euch gleich noch, wie man den installiert und wie das Ganze dann aussieht. Und kann euch während der Download jetzt gerade läuft, noch eine andere Sache zeigen. Und zwar, wie ihr denn dann an die App rankommt. Weil es gibt oft Apps, die sind unofficial. Also, die sind gar nicht offiziell im Android-Store. Und, ähm, die sind dann auch teilweise nicht zu finden. Und falls ihr sie im Android-Store nicht findet, gibt es da den einfachen Weg, Google ist unser bester Freund, ähm, es zu googeln. Und zwar, hey, Monster, APK. APK-Dateien sind die Dateien, ja, die Installationsdateien für Apps. Und welche ihr dann nehmt, äh, welche ihr dann nehmt, ist euch überlassen, ganz klar. Ihr könnt nehmen, welche ihr wollt. Ich hab die hier oben, glaube ich, genommen. Bin ich mir aber gar nicht so sicher. Kann auch sein, dass ich eine andere genommen hab. Ähm, auf jeden Fall, da habt ihr dann euer File. Was ihr im Endeffekt, zumindest bei mir, hat es automatisch geklappt. Äh, ganz easy installieren könnt. Und zwar drückt ihr einfach dieses File dann an. Weil der PC sich sozusagen automatisch oder, äh, Memo automatisch einstellt, dass das die Standard, oder das Standardprogramm ist, womit APK-Dateien geöffnet werden sollen. Somit braucht ihr dann nichts weiter einstellen. Falls es nicht automatisch gehen sollt, sollte, dann gibt es immer noch diese Möglichkeit. Ähm, und zwar, blablabum, ähm, ich weiß gar nicht, ob das bei sowas funktioniert. Ähm, auf jeden Fall gibt es normalerweise die Möglichkeit Öffnen mit. Ne? Öffnen mit. Und dann könnt ihr manuell einstellen, mit welchem Programm das geöffnet werden soll. Und, äh, die Möglichkeit gibt es für die Leute, die es, ähm, halt, bei denen es nicht automatisch klappt. Ich hab Windows 10, bei mir klappt es automatisch. Hat gut funktioniert. Und, äh, eine andere Sache gibt es dann auch noch. Man kann es, glaube ich, auch einfach raufziehen. Also, auf den Icon, den Desktop-Icon von Memo, zieht ihr dann einfach die Datei rauf. Und dann müsst ihr es auch damit öffnen. Das wären jetzt so die einfachen Wege, die mir einfallen würden. Denn, unser Download ist auch gleich fertig. Den hab ich jetzt mal, ich hatte die Download-Datei nicht mehr. Wahrscheinlich hatte ich die Memo-Datei nicht mehr, weil ich es über Chip runtergeladen habe. Und über Chip läuft das ja über diesen Chip-Download. Und wenn es über den Chip-Download läuft, landet es nicht im normalen Download-Ordner, sondern ist, ich vermute sogar nach der Installation, wird das dann automatisch wieder gelöscht. Ne? Ähm, ja. Eine andere Sache noch zu dem Memo-Emulator. Ähm, er emuliert ja ein Android-Betriebssystem. Das heißt, er selber ist dann quasi ein Tablet. Angeblich. Ähm, dieser Emulator gaukelt halt ein Tablet vor. Und dieses Tablet, so, wir installieren das mal. Und das ist irgendwie ein Tab A oder so ein Kram, keine Ahnung. Man kann das dann sehen. Ihr müsst euch dann ganz normal mit eurem ganz normalen Android-Konto, also, was auch immer ihr für ein Konto habt. Für die Leute, die jetzt meinetwegen kein Android benutzen, äh, sondern Apple, die müssen natürlich ihr, sich entweder ein Android-Konto oder ein Play Store-Google-Konto erstellen. Oder, ähm, es gibt auch noch eine iOS-Variante, von der ich allerdings keine Ahnung habe. Tut mir leid. Äh, da kann ich euch nicht helfen. Ich weiß nicht, wie ihr das dann am PC zocken könnt. Ähm, ich kenne nur diese Variante. Und die ist easy. Ne? Ich habe jetzt vergessen, gerade die Language auszuwählen, glaube ich. Die wird man dann aber im Emulator auch noch einstellen können. Wobei man bei dem Emulator nichts großartig einstellen muss, ganz wirklich. Äh, ganz ehrlich. Also, ich habe da nichts weiter einstellen müssen. Ähm, das läuft so. Und gleich haben wir die Installation auch fertig. Dann werden auch die Icons... Ihr könnt natürlich auch so Spiele wie Haast, wobei das Quatsch ist. Es ist ja ein Computerspiel. Viele Spiele sind Computerspiele. Wenn es Computerspiele sind, dann spiele ich die natürlich auch über den Computer und nicht über diesen Emulator. Der ist jetzt nur dafür da, für Hey Monster, weil Hey Monster halt ein... Ja, ein Android-Game ist. So, ich kann jetzt auswählen. Entweder ich starte jetzt, gehe jetzt direkt in das Programm rein. Oder ich finische das Ganze nur. Ich finische das Ganze jetzt nur, um euch dann halt zu zeigen. Hier, ihr habt den Multi-Memo und den normalen Memo. Multi-Memo wäre, wenn ihr mehrere Sachen gleichzeitig starten wollt. Und Memo alleine ist halt einfach nur den Memo-Emulator. Hier macht der, ja, ihr kennt das ja. Ja. Und dann wird es sich gleich öffnen. So, er hat sogar von alleine Deutsch eingestellt. Von dem her ist alles in Ordnung. Was bei mir immer, also das wird wahrscheinlich dann bei euch genauso sein. Ich glaube, er zieht jetzt erstmal noch Updates kurz. Ähm, Android wird aktualisiert. So. Meine Hey Monster App ist jetzt nicht mehr da. So, jetzt kriegen wir hier noch so ein kleines Tutorial. Brauche ich nicht. Das könnt ihr dann selber durchgehen, wenn ihr da Bock drauf habt. Äh, mich persönlich interessiert das jetzt erstmal nicht. So. Ich mache das jetzt mal Vollbild. Genau. Ich habe nämlich immer meistens ein Flackern, wenn ich auf Vollbild mache. Hat jetzt aber nicht geflackert. Dann jetzt noch Tipps für euch. Ihr könnt hier lauter und leise machen. Ne, ihr hört das sogar, glaube ich, auch. So. Lauter und leiser. Dann habt ihr hier noch andere Möglichkeiten. Ihr könnt noch den Vollbildschirm machen. Der bei mir aber auch manchmal nicht so gut funktioniert. Also. Bei euch sieht es jetzt normal aus. Aber bei mir ist es komischerweise ausgeblichen. Deswegen habe ich den Vollbildmodus eigentlich nie. Sondern ich mache immer nur den Modus. und ändere in meinem Aufnahmeprogramm den Winkel oder die Optik so, dass man bei mir unten halt die Taskleiste und so weiter nicht sieht. OBS. In OBS hat man diese Möglichkeiten. In zum Beispiel Shadowplay hat man diese Möglichkeiten nicht. Aber das ist auch genug zu dem Geschnacke. Für die Leute, die es jetzt noch installieren wollen. Die APK-Datei. Kann ich gerne nochmal ein Video machen, wenn ihr das möchtet. Schreibt es einfach in die Kommentare. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lassen würdet. Wenn es euch geholfen hat, würde mich das auf jeden Fall freuen, da ein Feedback zu kriegen. Und ich sage erstmal, bleib stabil und hau da rein. Und ich sage mal, Untertitelung des ZDF, 2020